Ansehbarer erqueßt, Jad. Hi. Ja, ich bin auch mal wieder dazu gekommen, in der Aufnahme dabei zu sein. Hmmm... Und zwar gerade richtig! Du hast jetzt gerade die Aufnahme zu bekommen, Tyrant. Achsooo! Ja. Du warst ungefähr...ungefähr ein Bruchteil einer Sekunde bevor ich jetzt anfangen wollte zu reden. Ich will das jetzt einfach als Anfang. Okay. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft den Anfang zu machen. Ja, und das einfach nur, weil ich so möchte. Und das unfreiwillig. Ja. Ich hab mich sogar erst noch so rumgesenkt, grad eben noch. Hab dann grad das Kreuz in die Mitte getan. Es war gerade mittig, ich hol grad Luft in dem Moment. Hallo. Mein Timing ist mal wieder legendär. Ja. Aber ey. Warst du schon in der Festung drin? In der dritten? Nein. Die Festung hab ich mich entschieden. Möchte ich tatsächlich aufheben, bis mal einer von denen kommt. Okay. Weil wir haben ja jetzt zwei Festungen. Das heißt, wir brauchen die dritten nicht zwingend und können sie locker aufheben. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber was jetzt für euch Leute wichtiger ist. Warum waren die letzten fünf Folgen nur Schwarzbild? Ja. Das hatte den Grund, dafür muss ich mich entschuldigen. Es lag an Traps. Wer mein Moravind Let's Play verfolgt, der weiß das schon. Da gab es das Problem bereits dreimal. Einmal mit drei Folgen, einmal mit neun Folgen und einmal mit drei Folgen plus ein paar Minuten von der vierten. Ähm, ja. Ich dachte tatsächlich, es wäre ein Fehler bei Moravind, weil der jetzt in mehreren Wochen immer nur bei Moravind kam, dieser Fehler. Nie bei Minecraft, obwohl ich beides mit Fraps aufgenommen habe. Ich hab jetzt bei Moravind, äh, hab ich Fraps, nutze ich Fraps nicht mehr, dann nehme ich jetzt mit OBS auf. Und plötzlich, genau nachdem ich diesen Wechsel hatte, die erste Folge, äh, die erste Aufnahme in Minecraft, die ich dann mit Fraps wieder aufgenommen habe, nachdem ich bei Moravind auf OBS umgestiegen bin, genau da war dann der Fehler auch hier in Minecraft. Nämlich, dass Fraps am Ende der Aufnahme abstürzt und das Video irreparabel beschädigt. Oder zumindest für meine Verhältnisse irreparabel, ähm, Fraps nimmt ja immer, äh, mehrere Dutzend Gigabytes großer Dateien, manchmal sogar ein, zweihundert große Gigabyte Dateien. Ähm, die kann leider kein Hexeditor öffnen, die ich benutze. Beziehungsweise einer kann es, der braucht dafür aber ungefähr zehn Stunden. Ja. Und dann stürzt er ab. Na toll. Ja. Ähm, und sämtliche Outdoor Repair Tools oder extra Video Repair Tools, die ich, äh, habe, die haben da leider auch nicht geholfen. Sprich, sie sind für meine Verhältnisse irreparabel. Und genau das gleiche ist jetzt auch bei Minecraft passiert in der letzten Aufnahme. Ähm, es war nämlich so, Tyran, mitten in der, äh, nach drei Folgen war plötzlich der Ton weg. Was? Ja. Und genau in dem Moment ist Fraps abgestürzt, aber nimmt weiter auf. Aber halt beschädigte Dateien irgendwie sowas. Und, äh, ich hab, bei Moravid war das noch nie. Da war noch nie die Musik weg. Deswegen bin ich da nicht drauf gekommen. Aber, was bei Moravid ist, wenn ich dann Fraps beende, hängt das Spiel und sowohl, äh, und, äh, Okay. Das heißt, Fraps läuft dann noch weiter, aber die Videodatei ist beschädigt und das Spiel stürzt ab. Okay. Das heißt, Fraps kann sich selbst irgendwie wieder fangen und läuft dann ganz normal weiter. Aber Videodatei wird kaputt und Spiel abgestürzt. Und das selbe war jetzt auch bei Minecraft. Fraps lief dann auch weiter, Videodatei war beschädigt und Minecraft ist abgestürzt. Sogar zwei, drei Mal. Weil es irgendwie, ich weiß nicht. Einmal ist Minecraft abgestürzt, dann die Java virtuelle Maschine ist irgendwie abgestürzt. Keine Ahnung. Java an sich ist auch abgestürzt. Äh, 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 laute Sachen sind abgestürzt. Minecraft, äh, äh, ach genau, warte, warte. Minecraft, Java und, äh, Minecraft, äh, 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 der, 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 dieser, dieser Starter, der Updater da. Wie heißt der nochmal? Launcher. Launcher, genau. Äh, der ist auch abgestürzt. Also, äh, 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 drei Sachen sind abgestürzt. Und, das, echt heftig. Und bisher dachte ich halt wirklich, es lag, kein Morrowind, aber oftmal lag es an Fraps. Ähm, ich hab keine Ahnung warum. Ich hab an Fraps seit drei, vier Jahren nichts mehr geändert. Plötzlich funktioniert das halt einfach nicht mehr. Naja. Toll. Aber ich habe auch, ich habe auch hier sofort die Konsequenz gezogen. Ich möchte nicht tatsächlich selben Fehler wie in Morrowind machen. Ich habe jetzt sofort die Konsequenz ausgezogen. Das heißt, wir nehmen jetzt, äh, OBS auf. So. Äh, hat folgende Konsequenz. Dass du jetzt ein Standbild hab, weil ich jetzt nämlich auf dem Desktop bin. Ich kann jetzt einfach aus dem Spiel raus und nehme trotzdem weiter auf. So. Und jetzt, äh, läuft es wieder. Ganz flüssig. Super, oder? Hehe. Das heißt, wenn du mal, äh, äh, ähm, TS-Probleme hast, Tyrant, kann ich sie jetzt tatsächlich beheben. Okay. Ja. Ähm, genau. Hat allerdings einen Nachteil, ähm, OBS frisst, ich weiß nicht warum, aber frisst mehr, äh, Kapazitäten, äh, also ist weniger performant als FRAPS. FRAPS benutzt mehr Speicherplatz, äh, ist dafür schneller und OBS benutzt weniger Speicherplatz, ist dafür langsamer. Ähm, das macht bei meinem PC tatsächlich ein bisschen rucklaus. Ich glaub, ich hab, äh, ich weiß nicht, wie viel FPS hab ich. Wo steht das? 31, 29, 31, 30, ähm, na gut, ich hab FRAPS tatsächlich auf 30 FPS gekappt, äh, und ungefähr so schwankt es auch gerade. Ich hab auch die Aufnahme FPS von OBS auf 30 FPS gekappt, aber ich hab das Gefühl, als hätte ich Mini-Ruckla. Okay. Ja. Bei 30 FPS sollte es eigentlich flüssig laufen. Ja, ich glaub, das, ich glaub, mein PC ist einfach zu alt. Aber ich hab jetzt sieben Tage frei, ich hab ein sieben Tage langes Wochenende. Das sollte man mal standardmäßig einführen. Schon, gell? Ne, aber es ist, es ist echt geil bei, ähm, ach, Mist, das muss ich auch noch sagen. Ach, ich hol mir jetzt ne Angel. Äh, Tarim, bist du grad beim Bett? Ach ne, die Sonne geht eh grad auf. Okay. Ja, die Sonne geht grad auf, also. Ich hol mir jetzt ne Angel und dann erzähl ich ein bisschen was. Die Angel-Geschichten. Ja. Die hier. Oder die hier. Ach, nehm, die Glück des Meeres. So, weniger Plunder. So. Annehme mal ein bisschen Schleim. Kann man Schleim überhaupt angeln? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub auch nicht. Nein. Ähm, so. Genau. Okay. Ja. 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 Äh, äh, nein. Äh, nein. Äh, das heißt, hab ich standardmäßig frei. Jetzt hab ich aber momentan. Jetzt hab ich aber momentan, ich hab, ich hab letzte Woche hab ich's geschafft. Ich hab sämtliche Minusstunden, die ich während dem Semester gemacht hab, das waren tatsächlich 140 Minusstunden, hab ich abgeschlossen. Die hab ich alle abgearbeitet. Ich bin jetzt wieder auf null. Ich bin jetzt wieder auf null. Das war echt heftig. Aber gut, ich hab auch pro Woche 20 plus Stunden gemacht. Sieben Wochen. Äh, sieben Wochen. Und, äh, bin da jetzt halt wieder auf null. Und, äh, durch meinen Werkstudentenvertrag arbeite ich eigentlich ja nur 20 Stunden pro Woche. Deswegen geht das auch mit 20 Stunden pro Woche plus sehr gut. Indem ich einfach 40 Stunden arbeite. Also Vollzeit. Und, ähm, ich muss. So. Oh Mist. Okay. Warte, wir machen das so. So. Ähm. Und. Ja, ich hab halt diese Woche nur 20 Stunden. Freitag ist Feiertag. Das heißt, 20 minus 4 sind 16 Stunden. Und 16 durch 2 sind 8. Oder andersrum. 16 durch 8 sind 2. Das heißt, ich hab jetzt einfach Montag und heute Dienstag Vollzeit gearbeitet. Und bleib dafür jetzt Mittwoch und Donnerstag daheim. Hab also dadurch auch nochmal zwei Tage längeres Wochenende. Ähm. So, und jetzt kommt das Neue. Ab nächster Woche arbeite ich keine 20 Stunden mehr pro Woche, sondern 30 Stunden pro Woche. Ähm. 30 Stunden minus 6 Stunden sind 24. 24 durch 8 sind 3. Das heißt, ich arbeite einfach Mittwoch, Donnerstag und Freitag Vollzeit und bleib dafür Dienstag auch nochmal daheim. Und so kriege ich ein 7-Tage-Woche Ende. Von Mittwoch bis Dienstag. Bleib ich daheim. Cool, oder? Ja. 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 So, warum habe ich jetzt 30 Stunden pro Woche plötzlich? Diejenigen, die studieren oder jemanden kennen, der studiert, weiß, ein Werkstudent darf offiziell nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Und das ist richtig. So, wer kann mir jetzt sagen, warum ich plötzlich 30 Stunden pro Woche arbeite? Richtig. Ich mache es illegal. Ich mache es illegal. Nein, ich mache es nicht. Egal. Okay. Äh. Nein. Ähm. Deine... Also, die Antwort auf deine Frage ist auch. Nein, ich bin nicht fertig. Und nein, ich mache es nicht. Egal. Aber ja. Warte, 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 warte mal. Hat was angekommen? Geil! Ja, ich habe eine verzauerte Angel mit Halbpack, hat 3 und Glück des Meeres 2 geangelt. Voll geil. Das heißt, du kannst jetzt einfach weiterangeln mit der anderen Angel. Ja, die andere Angel hat Reparatur drauf. Die ist standardmäßig voll. Okay. Habe ich mir auch geangelt übrigens, gell? Die habe ich nicht zusammengeschmiedet. Die hat... Ich habe zwei Angel mit Reparatur, die ich mir geangelt habe. Das ist voll geil. Äh, ne... Du angelst zu viel. Weißt, was ich mir schon geangelt habe? Hm? Ich glaube gar nichts. Ich habe, glaube ich, seit 300 oder 400 Folgen nicht mehr geangelt. Aber wenn ich viel zu erzählen habe und weiß, dass ich viel zu erzählen habe, dann hocke ich mich hin und angle halt. Weil ich kann währenddessen nicht bauen, weil dann baue ich nur Blödsinn, weil ich mich nicht aufs Bauen konzentriere. Wenn ich kämpfe, sterbe ich mich. Das heißt, du redest immer? Nein. Wie gesagt, ich habe seit 300, 400 Folgen nicht mehr geangelt. Ähm... Nein. Ich meine gerade, weil du sagst, du kannst nicht bauen, wenn du... du baust nur Blödsinn, wenn du erzählst. Ja. Das war ein Joke. Nein. Ähm... Warum nicht mehr? Warum das nicht? Ich habe mein Studium abgebrochen. Okay. Warum? Ich habe mein... mein Masterstudium Informatics Games Engineering an der Technischen Universität in München abgebrochen. Nach einem Semester. Ähm... Die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel der Gründe, die gab es schon seit dem Bachelorstudium. Seit dem vierten Semester oder sowas. Aber da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt schon vier Semester oder ich bin schon im vierten Semester, äh... Bachelorstudium ist fast vorbei. Ich möchte das und habe es auch durchgezogen. Und... Ich habe tatsächlich damals schon knallhart überlegt... ähm... Oh, ich habe Stiefel bekommen. Ah, normale Lederstiefel. Knallhart überlegt, äh, als ich... in diesem einen Semester zwischen Abschluss Bachelor und Start Masterstudium, habe ich ja schon Arbeiten begonnen. Aber Teilzeit auf 20 Stunden. Und das hat mir so gut gefallen. Das habe ich ja auch im Let's Play gesagt. Das hat mir so gut gefallen. Ähm... Wie habe ich es genannt? Ich glaube, ich habe... Ich habe ein... Ich habe... Ich habe Freiheit schmecken dürfen. Ich habe endlich mal Zeit, um das zu tun, was ich möchte. Ich habe Geld, um das zu tun, was ich möchte. Und ich muss nichts machen. Ich habe keine Verpflichtungen, außer täglich vier Stunden arbeiten. Und dann bin ich zum Mittagessen um 12 Uhr, bin ich wieder daheim. Das war so schön. Und ich habe wirklich knallhart überlegt, ob ich dieses Masterstudium noch machen möchte. Und der einzige Grund, der aller... Okay, es gibt zwei Gründe. Äh... Oh, ich habe ein Namensschild. Geil. Es... Die einzigen zwei Gründe... Sagen wir mal, der Hauptgrund... Also der eine Grund ist, ich hätte gern ein Masterstudium gehabt. Also Masterabschluss. Einfach nur ums Haben. Ihr wisst es. Einfach nur haben. Das möchte ich. Nein, ich hatte es euch zu früh gedrückt. Ähm... Aber der Hauptgrund, der aller einzige Hauptgrund, warum ich es gemacht habe und der ausschlaggebend war, weil ich es mir bereits vor dem Bachelorstudium sogar noch während dem Abitur eingebildet habe, dass ich auch den Master mache. Ähm... Und daran habe ich festgehalten. Ja, und jetzt habe ich halt dieses eine Semester... Äh... Gute Fickse. Ich drücke immer zu früh. Es war nicht mehr zweimal enteinander jetzt. Ähm... Jetzt habe ich halt dieses eine Semester Masterstudium gemacht... Oder es war die Hölle. Es war... Weil ich habe teilweise sogar Nächte durchgemacht, ich habe nicht mehr richtig geschlafen... Äh... Ich habe... Ich war dauernd im Stress. Ich habe wie bereits gesagt 140 Minusstunden gemacht während dem Semester. Ähm... Und bin trotzdem zu fast nicht zum arbeiten gekommen. Meine Chefs waren damit nicht wirklich zufrieden, haben gesagt, sie ziehen es trotzdem durch, weil sie ja wissen, dass ich jetzt während den Semesterferien doppelt so viel arbeite, beziehungsweise sogar viermal so viel wie während dem Studium. Und ich glaube, ich hätte eigentlich nur 120 Minusstunden aufbauen dürfen, das heißt, ich habe 20 Minusstunden zu viel sogar gehabt. Also 20 Stunden zu wenig gearbeitet während des Semesters. Ich habe es aber trotzdem abbauen können. Naja, und ich bin in der Arbeit zunichtsgekommen, ich bin in der Uni zunichtsgekommen, ich bin privat zunichtsgekommen, selbst YouTube habe ich vernachlässigen müssen. Ich war beim YouTube zwei Wochen beim Aufnehmen hinterher, außer bei LOL, aber auch nur, nee, ich glaube sogar bei LOL. Das war auch der Grund, ich hing zwei Wochen beim Aufnehmen sogar bei LOL hinterher. Das war der Grund, warum ich dann sechs Folgen aufgenommen habe. Ich habe zwei Wochen, ihr wisst schon, diese Einstufungsserie, diese zehn Spiele, die ich am Stück aufgenommen habe. Genau, da habe ich vier Folgen aufgenommen, weil ich hinterher hing, dann nochmal zwei für die aktuelle Woche und dann nochmal, das waren sechs Folgen. Und ich glaube, dann habe ich nochmal zwei für die nächste Woche darauf auch noch aufgenommen. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Einfach weil ich diese zehn Spiele wollte und dann waren halt die zwei Folgen für die Woche darauf dann auch noch mit dabei. Aber sechs Folgen hätte ich gebraucht. Die habe ich dann auch am Stück aufgenommen. Und ich hing beim Hochladen sogar eine Woche hinterher. Ich hing jetzt auch noch eine Woche hinterher, immer noch. Aha. Ja, was aber daran liegt, dass ich halt diese Überschritten abbauen musste. Und ich bin halt, ich glaube, ich habe hochgeladen, dass ich wieder zwei Tage Puffer habe. Aber jetzt habe ich sieben Tage frei und da kann ich wieder richtig hochladen, dass ich wieder beim Hochladen hinterher komme. Beim Aufnehmen bin ich bei LOL wieder, nein, bei LOL hänge ich tatsächlich, nee, bei LOL bin ich eigentlich richtig. Aber ich mag es gerne, wenn ich eine Woche voraus bin, weil sonst muss ich immer in den falschen Ordner reinschauen, nämlich in die veröffentlichten Videos. Weil da ich bei LOL ja immer nur zwei Folgen habe. Das ist ohne Kontext, könnt ihr das schwer verstehen, aber egal, nehmt es einfach hin. Ähm, und...